Panic Fishing Planet zu Part 16. So, als allererstes werden wir mal hier kurz mal schauen. Ah, hier unten unsere neuen Angel. Haben wir hier. Sehr schön. Why am I in your Rucksack? Okay. Okay. Let's go. Vielen Dank. 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 So, Inventar. So, So, Ne, So, 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 als das Warten. So. Und was ist jetzt mit der anderen? Die ist wieder mal kaputt. So. 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 Ja gut, dann müssen wir das machen wir mal später. In einer Ruhe. Plötzlich werden wir hier angeln. Ja ich kann mich nur um eine Ruhe, um beide geht es nicht. Ich kann mich nur um eine Ruhe. Mal gucken, was haben wir denn jetzt hier? Ja. Lachseier haben wir jetzt als Köder. Mal gucken. Okay. Mal gucken. 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 Boah, das ist aber ein dicker Fisch. Ui. Naja, das sind schon ganz schön dicke Brummer, die hier drin sind. Das muss man ganz schön sagen. Mhm. So, ja, komm. Komm, komm. Ich weiß, dass du jetzt einen Köder haben willst. Ich weiß, dass. Ich weiß. Ich weiß. Ich weiß. Put, 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 put. Ich weiß. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Yeah. Wow. 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 Das gibt es ja nicht. Was für ein dicker Fisch. Das gibt es einfach nicht. Was für ein dicker Fisch. Weil müsste eigentlich nur mal was noch einkaufen gehen. Die Scheiße. Aber war kein Bock. Auf einkaufen. Was für ein dicker Fisch. Was für ein dicker Fisch. Was für ein dicker Fisch. Vielen Dank. Boah, wie auch so ein dicker, fetter Fisch. Das gibt es ja nicht. Nee, 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 nee. Ja, das war jetzt diesmal nur ein kleiner. So, ich sag mal bis später, hier musst du einkaufen gehen.